Musik Bereits die Eröffnung von Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse um 9 Uhr war überaus gut besucht. Sven Beusen, Geschäftsführer des Regenta Verlags, begrüßte die Aussteller und Besucher zur 5. Hamburger Wirtschaftsmesse. Mein Name ist Sven Beusen und ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Regenta Verlages zur V2B Nord. Die gute Nachricht für Sie ist, Sie werden hier Kontakte und Anbahnungen machen können wie an keinem anderen Ort. Die schlechte Nachricht ist, das kann ich Ihnen versprechen, es werden so viele gute Kontakte an Ihnen vorbeigehen wie an keinem anderen Ort. Neugierige Unternehmer, Geschäftsführer und Entscheider überzeugen sich in der Messehalle Hamburg-Schnelsen von dem Angebot der unterschiedlichen Aussteller. Ein beeindruckendes Programm, gespickt mit zahlreichen Topspeakern auf zwei Hauptbühnen, erwartet die Besucher von Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse heute noch bis 17 Uhr. ... in den Händen, es haben unsterische Bewegungen, probieren Sie das mal, das so, ha, 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 ho, ho. Eintrittskarten gibt es kostenlos am Einlass sowie zum Download auf der Homepage www.b2b-nord.de-messe.